mir ist gerade beim abwaschen tatsächlich eins von diesen gläsern kaputt gegangen spontan also ohne dass ich sagen könnte dass dann irgendwas gelegen hat ich war nicht grob mit dem glas es war nicht eine plötzliche temperaturschwankung oder so hier ist einfach am rand oben ist so ein kleines bisschen was abgeplatzt so ist glaube ich ganz gut zu sehen da ist es einfach hier oben was abgesprungen und es liegt jetzt das was noch nicht weggespült wurde das liegt jetzt hier in spüle ansonsten kann ich mich nämlich nicht an einmal erinnern wo eins von meinen gläsern also ich habe die hier alle in unterschiedlicher höhe ich habe das hier das ist so ein mittleres dann habe ich hier so ein kleines dann habe ich hier oben ein großes und hier wo die linsen drin sind ist ein sehr groß und ansonsten ist da noch nichts passiert was nicht meine eigene doofheit war also einmal habe ich eins von den großen gläsern über eine offene gas kocher flamme gehalten und das ist dann zersprungen aber irgendwo irgendwo habe ich das schon darauf angelegt das ist zum ersten mal was passiert wo ist nicht darauf angelegt haben Vielen Dank.